Hier ist unser Online-Shop. Das ist unser Lager. Hier sind die Büros. Es wird gerade alles saniert und neu gemacht. Ihr seht schon, das sieht bald aus wie in Waaghäusl bei uns. Und ich nehme euch jetzt mal mit rein. Und Eko und Sarah haben wir auch mit dabei. Den haben wir nämlich versprochen, dass wir ihnen das mal zeigen. Also kommt mal mit. Auf jeden Fall ist das hier unser Hochregallager, wo quasi alles angeliefert wird, wo wir alles verstauen. Und dann nehme ich euch gleich noch mit in die Pickhalle. Ja, bei uns ist gerade irgendwie die halbe Belegschaft im Urlaub. Die hatten über Weihnachten natürlich viel zu tun. Und die, die Weihnachten da waren, haben jetzt Urlaub. Und die, die Weihnachten Urlaub hatten, die sind jetzt da. Ja, deswegen ist hier auch so still. Aber natürlich wird hier ordentlich gearbeitet. Und ich muss sagen, das hat ja alles im Kinderzimmer von Mikhail angefangen. Und wenn ich jetzt sehe, was daraus entstanden ist, das ist so schön. Das ist schon, schon Wahnsinn.